Ich schlage eine Quest vor, du nimmst sie an, wie damals in Sanctuary. Hey, du und Hammerlock, ihr habt ohne mich Freundschaft geschlossen, weil er dich losschickt, um Viecher zu killen, oder? Na und schon, das kann ich auch. Ich hab irgendwo ein Wreck gesehen, das man nur mit was Hellem und Lautem anlocken kann. Mit Cheese-Bullback zum Beispiel. Los, treib welches auf! Ah! Ich bin hier beim Autoscooter! Alter-Memie! Oh! Alter-Memie! Das sind die Wiederholfen. Oh! Oh, Mann! Das ist Zeit! Schlucki, Zeit! Die Zeit ist rum. Fütterungszeit! Aber die sind zu hart. Schlucki, ich leid nur... Schlucki, ich leid nur... Schlucki! Diese Autogarden muss man einfach nicht. Ich leid, das ist nicht. Schlucki, Schlucki! Jetzt käme ich schnell! Schlucki, Schlucki! 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 Ich habe noch mal so gut. Du hast das Schießpulte gefunden. Führ es jetzt in eine Kanone, die ich vorbereitet habe. Dann gehst du wieder an. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Bringe mein Geschütz in Stegl. Ich will nicht. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Ich will nicht. Okay, du bist bei der Kanone. Führ das Schießpulver ein und dann feuere sie ab, um den Rack einzulocken. Ja, ich will nicht. Äh, neulich, heilig, ho? Die Arogan poliert ihnen die Fressen. Und noch ein Geschützkick. Oh, unser Tan, kannst zurückkommen. Ich habe beschlossen, dass es wichtiger ist, dich selbst zu bleiben, als neidisch auf Sir Hammerlock zu sein. Eine weise Entscheidung, Claptrap. Wahre Stärke kommt von innen. Oh Gott, das war so klasse. Bring dabei, so zu sein wie du. Ah. Andere die Sprüche klauen, Heidi, hau!